Hallo von Victor von Atzigen. Er ist aus Ochlenberg, begleitet wieder an den Handorgeln von Carlos Rengli. Sie sind auch Gäste vom Zentralschweizer Regier Jodlerverband. Ich möchte euch herzlich begrüssen und sie singen das Lied «Ein Bubentrain» und auf die Bühnerdünsche «Ein Bubentraum». Es ist ein Naturjodel, komponiert von Michael Walliamann. Viel Vergnügen! Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.